Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Portal 2 Online mit Sarkomans LP aka Max und mir natürlich Likov Brot Brot dann kommen wir in den Cube an, würde ich das jetzt mal zeigen Alter, was passiert denn da? Ah, da ist ja einer Mit Stucco Likov Ah, ja, ich seh schon, ich seh schon Okay, was muss ich machen? Ah, da rüber, okay, ich seh, versteh, ja, ja, ich hole los Ich komme Wo bin ich? Wo ist der Cube? Du musst mich diktieren, Max Wo ist der Cube überhaupt? Bitte, bitte da durchgo Danke Wann mal, hab ich 14 Kollaborationspunkte bekommen? Oder du? Wie wär's, wenn du mich dieses Mal nicht zerquetschst? So hier hin, oder? Ja Aber den Cube hab ich doch noch nicht, wo ist er? Genau, ich hab jetzt gehst Jetzt runter und dort, dort mal Ganz runter Wann, ach so Okay Okay Das ist keine gute Idee, aber du könntest Ah, okay, doch Was ist? Ich weiß nicht, ob der gut war, ähm Ah, doch, du könntest vielleicht spendieren Ah, ja, jetzt kannst du dort auf den Ja Ja Ich kann jetzt auch Scheresteinpapier Oh, leider spielt niemand mit mir Oh, leider spielt niemand mit mir Okay, ich hab ihn Jetzt zerquetsch mich aber nicht Jetzt zerquetsch mich aber nicht Sag mal, muss ich jetzt zurück dorthin, wo ich hergekommen bin? Nein, hier, hier, schau mal Ähm So Was hab ich dort vor dem Portal? Orange Äh, nein, rot Bitte geh nicht weg von diesem Punkt Okay, ich hab's Ich hab's Wo bist du? Hier, hinter dir Hinter dir Ich kann einfach mal sicher der Laser wieder umlenken Da noch Ich schieße ihn schon mal hierhin Nach wohin? Hier oben muss er hin Da, oben Am Schluss, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt's noch andere Laserstationen Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten Ah, ja, okay, easy Tatsächlich ist jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis Hey, what the fuck, es hat sich wieder geschlossen Ah, nein, es hat sich nicht geschlossen Du hast zum Beispiel eben zwei Chancen Hinweispunkte eingebüßt Du hast Punkte eingebüßt, dass du das gehört? Ja Ja Peabody Atlas Ja Du bist Atlas Ich bin Peabody Ich heiße lieber Atlas Was schön Was schön das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ist aber keiner. Ja du, die ist, das riggt hier das ganze, der ganze Scheiß. Warte schnell, warte schnell, komm mal her. Ihr meint doch nicht, dass das eine... Ich hab gewonnen, du Opfer. Ey, ich glaub jetzt zwei zu eins. Ja warte, komm nochmal. Ich lach, Klotz. Ich hab gewonnen, Dorf. 2-2, jetzt hör ich auf. Jetzt gibt's keinen Gamble mehr. Verpiss dich, ich will nicht mehr. Ne, ich spiel nur mit dir. Hier, ich lach dich jetzt aus. Okay, was müssen wir machen? Hier ist ein Knopf. Halt dich fern von mir, ich will nicht spielen. Okay. Oh, warte mal. Ups. Ups. Was ist mit dem Laser-Dingst da oben? Da hinten? Ah. Und was bringt das hier? Ah, das geht so. Ah, das ist wohl verschieden. Ja. Okay, du gehst da rüber und ich lenk dich dort hin und her. Verstanden? Geh mal auf die Plattform dort hinten drüber, sah hin. Warte mal, stimmt, muss man schauen. Äh, warte mal, ich hab ne Idee. Okay, geh einfach so rüber, hier. Ich könnte jetzt grad einen harten Betray machen. Orange. Okay, jetzt. Ist das so richtig? Jetzt kannst du dir doch selber ein Portal schießen, oder? Warte mal, geht's weiter? Ups. Schieß dir mal ein Portal. Nein. Da? Ja, nein. Weiter oben ein bisschen. Ja, okay, das passt. Okay, jetzt. Oh Gott. Du gehst gleich unter. Okay, ciao. Sorry. Das war nicht mal extra. Ja, eben auch. Okay, versuchen wir's nochmal. Warte mal. Okay, willst du was ich jetzt machen, oder was? Nein, ist gut. Warte, ich komm gleich. So. So. Ja, schon auf die andere Seite genau die gleiche Höhe. Und jetzt warte mal. Und jetzt wartest du, bis du... Upsala. So. Ja, okay, jetzt schicke ich dich hoch und mach gleich dieses Stahlteil da hoch. Wenn du ganz oben bist. Okay, warte, warte, warte. Okay, jetzt mach ich's, weil es muss ein bisschen schnell gehen. Oh, warte. Schaffst du's? Okay, du schaffst es gut. Dankeschön. So. Was kannst du das machen? Ah, mir ein Portal machen. Mach mal dort. Mach mal dort. Nein, warte mal. Ah, ja, ich kann ihn dir einfach hinstellen. Ja, ja, ich kann ihn dir einfach hinstellen. Super. Oh, scheiße. So. Jetzt fast. Weißt du, was du jetzt machen könntest? Hey. Wolltest du's machen? Also, wenn ich dort auf seiner Seite wäre, würde ich kurz bevor du hier durchläufst, hier, würde ich mir einfach ein Portal hier hinsetzen. Ja. Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, da Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten nicht völlig zu versagen. Ja. Nein, du gewinnst gleich. Verdammt. Zu zwei. Das ist richtig lustig. 3,3, fertig. Hey, woher fangst du gewinnen? Ja, ist echt so. Egal, komm, high five. Warte mal, es gibt noch neue, oder? Nein, 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 es gibt nichts anderes. Okay. Hoch. Das war ja nicht mal das erste Level, war das Einführungslevel. Sind wir schon irgendwo in Level 5 oder so? Ja, jetzt kommt, glaube ich, Level 5, stimmt. Schau mal, ich kann sehen, wie dein Auge aufgebaut ist. Manche Tests sind nicht auf das Problem beschränkt. Der nächste Test ist so gänzlich... Alter, was ist das denn? Ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Level oder irgendeine Zwischenlinge? Äh, hier haben wir eine weisse Wand. Hey, wo bist du hin? Ja, das ist ein für den Abookslaufen, aber ich gar nicht. Schau mal, hier haben wir zwei weisse Wände. Wo bist du? Ah, da. Was bringt der? Ja, nichts. Ich wollte einfach nur anmerken, dass hier weisse Wände sind. Äh, die werden sicher schon richtig, aber... Ich hab's. Ich hab's. Komm rüber. Wo bist du? Hier. Hier. Du bist grobisch. Hey, bist du nicht durchgekommen? Ja, bin durch unten gegangen. Oh. Ah, durch unten. Ja. Ah. Okay, easy. Hier ist eine CD. Okay, klappt nicht. Wischen CD? Was? Wollen wir die nicht zuerst finden? Ja, keine Ahnung, vielleicht. Ist das so ein Easter Egg, dass wir in der CD finden, oder wie? Was? Schau, kurz hier. Was soll ich machen? Ah, den? Geheb. Okay, das war hart nicht gleichzeitig. Okay, warte mal. Drei, zwei, eins. Go. Hat's geklappt? Jetzt hat's geklappt. Ah, warte mal. Warte mal. Der nicht irgendwie einhaken. Ja, das wäre noch wichtig. Aber es geht irgendwie nicht. Da ist die CD, ich sehe sie. Da. Warte. Aber da können wir schon mal probieren, gleichzeitig. Warte schnell. Ja, okay. Okay, warte. Drei, zwei, eins. 3, 2, 1, go. Ja, es geht kurz auf. Die Tür geht weg. Die Tür geht ganz kurz auf, aber dann schließt sie sich sofort wieder. Ach, hä? Und? Die, da geht ganz kurz auf. Ach, das war gerade du, oder? Hier kommt ein Portal hin, und dann kann ich hier durchschießen? Nein, kann die nicht. Wie? Ah, warte mal. Hast du eine Ahnung, wie das funktioniert? Also, ich glaube immer noch, dass wir da irgendwie besser machen könnten, da mit dem Hebel, aber... Hä, ich glaube nicht. Die Tür geht eben ganz kurz auf, und dann schließt sie sich sofort wieder. Vielleicht... Stell dir mal vor, wir könnten jetzt, wenn sie ganz kurz aufgeht, dort ein Portal durchschießen, also... ganz kurz. Okay. Drei, zwei, eins, go. Oh, warte mal, ich hab... Ich hab nicht... Ich hab missklickt gemacht, hab nicht i gedrückt. Drei, zwei, eins, go. Hat nicht geklappt, nochmal. Drei, zwei, eins, go. Oh, das wird schon klappen. Drei, zwei, eins, go. Oh, da siehst du eins. Ja, ist... Hier, ich hab's. Kommst du durch? Wir haben's geschafft. Das ist die CD, nice. Ich schau mich hier im Raum nochmal um. Glückwunsch, zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrnlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch die Weißer mit der Montage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Bis jetzt geht, wie es geht, gebraucht. Ich weiß, spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das über einen Mann. Ich halte das über einen Mann. Junge. Why not? Man mache, ja. Die ist schon böse. Und das ist schon GLaDOS, oder? Omenikis. Was? Leute. Aber warte mal, wir sind's. Ah ja, stimmt. Okay, wir haben das erste Level komplett durch. Okay, schau. Da. Du gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt zwei, das ist das hinten. Und vier heute wollen wir nicht gehen. Doch, glaub schon, aber gehen wir zwei. Wieso hätten wir schon vier gehen? Ja, die sind wahrscheinlich einfach schwerer. Das ist einfach von der Schwierigkeit her. Okay, hab's. Hey. So. Zwei hier. Hä, wieso sind jetzt hier in der Mitte so viele gesperrt? Das ist echt komisch. Normalerweise müssten alle gesperrt sein von uns als erstes. Aber ist auch egal. Okay, egal. Machen wir einfach. Wir haben schon das erste, oder? Ausgewählt. Sind die Spörer nicht mehr weiterkommend? Naja. Wir haben gerade Lösungen auf dem Internet. Wird schon passen. Ich finde das so schön, immer beim Ladebildschirm unten links in der Ecke, da ihr Forschungspartner Sackermanns LP. Ich bin Forschungspartner, ja echt. ...undes selbstvertrautende Menschen. Sie mussten nichts weiter tun als fünf Minuten durch die Gegend zu laufen. Woraufhin ich sie zehn Minuten lang lufte, wie toll sie gelaufen sollen. Dass ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Task nicht aus anspruchsvoller gestaltet, sondern sie waren drastisch gekürzt. Max? Nen mach nötig. Okay, hör' mir zu. Du bleibst hier unten. Ich geh hoch. Ich... Ist gut. Okay, jetzt machst du ein Portal hierhin und uns dahin, dort auf die andere Seite, auf die Wand dort, wo dein blaues Portal schon ist und dann hierhin noch, nein hier, und das dunkelblaue, ja das steht schon bei dir, okay, easy, hab's geschafft. Okay, jetzt mach ich das gleiche für dich, jetzt geh da durch, okay, ist ready, spring da rein, das ist schon noch nicht gewesen, ja nein, es geht noch weiter, okay, hier muss ich überlegen, da oben, Da, das gleiche Prinzip, einfach von da oben, okay, ähm, jetzt dasselbe hier und auf dieser Wand hier, und da, nein, da hin, glaub, obwohl das andere wird auch gehen, aber ein Knopf ist hier und ein Knopf ist hier, die Frage ist, welchen nehmen wir zuerst, ich nehme mal den, klappt's? Ja, es klappt, okay, was passiert jetzt? Ah, jetzt haben wir ein Dings, für den, ah, okay, ich verstehe, dann geh du auch da hoch, genau. Ah, nee, verdammt, das funktioniert so nicht. Chill mal, bleib erst mal da oben. Geh nochmal hoch. Okay, 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 jetzt warte. Äh, nein, 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 noch nicht. Hahaha. Wieso war das da rum, wie so ein Wahnsinniger? Okay, jetzt. Ey, Mann, warte mal, wieso hast du das jetzt nicht geschafft? Du hast, du hast das, du hast das Loch verfehlt, du Obf, Mann. Äh, okay, warte mal, jetzt muss ich es nochmal. Warte schnell. Okay, jetzt. Gut. Jetzt bist du da oben, oder? Da. Okay, jetzt machst du, jetzt machst du nochmal von das oben aus, äh, dasselbe für mich einfach auf die andere Ebene, das heißt hier, ah, nein, das klappt doch nicht. Ah, warte, ich kann es mir selber machen, ich kann es mir selber machen, okay, nix. Okay. So, Habs, okay, jetzt kriegen wir einen Cube. Oder einen Ball. Hey. Ja, fair. Ich schwöre, nach der Folge müssen wir nochmal die Soundqualität überarbeiten, da bin ich mir sicher. Barschproduktion wird recht aufwendig. Äh, bis Rage muss Lütho gemacht werden. Da bin ich bei dir auch leise. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so schwer zu haben können, ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Sag mal, was machst du? Wofür ist der Knopf da? Ah, für das da, oder nicht? Ah. Okay, ich verstehe. Ja, komm. Was willst du? Das ist eine Portalwand. Ja, aber die ist zu klein. Okay, ich weiß, was wir machen müssen, glaube ich. Okay, okay, warte mal. Du machst das jetzt so. Schau. Du gehst jetzt hier rein. Hier hin. In das rein. Und springst jetzt was rum. Genau. Und jetzt, mach's uns einfach weiter. Keine Sorge. Okay, warte mal, ich muss schon schauen. Okay. Es. Easy. Okay, warte mal, du machst jetzt dasselbe für mich. Schau mal, du schießt ein Portal hier hin und ein Portal hier hin. Und nachher dann, wenn ich dort am Fliegen bin, dorthin. Während ich am Fliegen bin. Ja, so jetzt. Ach, doch noch mal. Ja, das wäre noch sinnvoll, ja. Gut, das gehört. Gut gemacht. Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Ihr habt es geschafft. Seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Ja. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. Er hat nachher wieder über 20 Minuten. Was? Haben wir schon wieder 20 Minuten? Ja, ja. Echt? Das ging ja mega schnell. Also diesmal darfst du wieder abmoderieren. Darf ich, ja. Ja, ich warte noch kurz, bis wir in der Neue sind. Ja. Sind. Das ist gut. Und wir denken dann fürs Zuschauen. Merci League of Broads für das tolle Let's Play. Und bis zu der nächsten Folge. Ade miteinander. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020